Ja, liebe Leute, es geht wieder los. Ganz kurz nur. Also bei Corona gibt es praktisch nichts Neues. Schweden und Weißrussland haben es richtig gemacht und wir machen halt weiter mit unserem Selbstmordprogramm und sind dabei fleißig dabei. Auffällig ist, dass die Linke diesmal wahrscheinlich, weil sie irgendwie auf da andere Effekte hofft, irgendwie den Zerstörer Marktwirtschaft und Kapitalismus diesmal nicht sieht. Also irgendwo null Kritik an der kapitalistischen Medizinindustrie, null Kritik an der kapitalistischen Pharmaindustrie, null Kritik an der kapitalistischen Testindustrie, null. Null Kritik an der kapitalistischen Testindustrie, null. Also diesmal ist der Kapitalismus offensichtlich wunderbar. Das ist bedenklich. Aber das liegt daran, dass die Linken eigentlich das eigentliche Problem des Kapitalismus, der Marktwirtschaft sozusagen ja gar nicht kennen. Ja, das heißt, sie haben ja einen völlig blinden Fleck, weil sie denken, was weiß ich, zum Beispiel nur die Schere zwischen Arm und Reich. Damit wäre genug Missstand des Kapitalismus gesagt. In Wirklichkeit kommen wir gleich dann in dem folgenden Vortrag wieder zur Beweisführung, was das eigentliche Problem der Marktwirtschaft und des Kapitalismus ist. Und das ist eben nicht die Schere zwischen Arm und Reich. Die ist nur ein Symptom der Probleme des Kapitalismus. Schluck Wasser. Dann schauen wir uns nochmal kurz hier an, sozusagen hier, unsere Liste hier. Also wir können sagen, nach langer Betrachtung des gesamten Internets und aller dort irgendwie auftauchenden Weltverbesserungskonzepte haben wir, müssen wir sagen, hier Markus Krall, Hans-Werner Sinn und so weiter, ja, lest euch das alles durch, Sarah Wagenknecht, Niko Pech und so weiter. Ja, das sind die, die überhaupt eine Rolle spielen. Also Fridays for Future und so weiter eher spielen ja deswegen eine Rolle, weil sie als Einzige den Zugang zu den Großmedien haben. Allerdings hat ja natürlich auch Kevin Kühnert und Sarah Wagenknecht haben den Zugang zu den Großmedien und Hans-Werner Sinn ab und zu. Aber alle anderen sind sozusagen so noch Außenseiter des Ganzen. Und der Favorit ist eigentlich, also alle, die sich für bessere Gesellschaft interessieren, vergessen sie erst mal alles andere. Am nächsten dran von den prominenteren Geschichten ist die Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie GWÖ. Also da sind wir, immerhin will der also den Kapitalismus beenden, aber auch leider wieder nicht die Marktwirtschaft, weil er wieder nicht versteht, dass der Markt an sich das Problem ist, ja, und dass der Markt eben, und das sagen ja die nextscientistsforfuture.de, dass wir beides beenden müssen, denn wir brauchen ein planwirtschaftliches Dach über jedem Marktgeschehen, weil Markt sonst immer schädlich ist, ja. Also das heißt, Christian Felber will nur die kapitalistischen Elemente wegnehmen, aber damit ist es nicht getan. Wir brauchen das planwirtschaftliche Dach über jeglichem Marktgeschehen, sonst wird das nicht nix, ne. Und das erkläre ich jetzt in dem Vortrag für den Kongress heute Abend. Und das ist, also ihr kriegt schon mal einen Vorabvortrag. Schluck Wasser. Ja. Jetzt geht es los und ich muss die Uhr starten, denn 30 Minuten sind für heute Abend eingeplant. Jetzt mache ich erst nochmal die Bilder richtig. Und ich bringe das richtige Bild in Position. Was ist hier passiert? Das wollte ich doch hier wegklicken. Ach so, wenn man da oben hingeht, kommt es wieder, das Bild. Daran liegt das. Und jetzt, bitteschön, was brauchen wir? Noch einmal unser Tagesbild. Wahrscheinlich zum letzten Mal für heute. Und ja, dann müssen wir jetzt hier, bitteschön, da drauf. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen Fehler gemacht, weil ich es nicht richtig eingestellt habe auf dieses Bild. Da habt ihr halt jetzt zur Hälfte weggeschnitten. Heute Abend muss ich aufpassen, dass ich da nicht den falschen Ausschnitt mache. Aber jetzt ist es passiert. Und wir gehen also an den Start. Hopp, Fehler vom Amt. So, da sind wir jetzt. Gut, ihr seht leider nur von dem Foto die nicht ganz alles. Das heißt, einige der aktiven Wissenschaftlerinnen vom Weltrat der Weisen. Sechs von 24 circa sind zu sehen. Ja gut, und jetzt beginnen wir den Vortrag. Ja, heute geht es um gemeinwohlorientiertes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Wir haben auf der einen Seite Christian Felber mit seinem Modell Gemeinwohlökonomie. Und wir haben die nextscientistsforfuture.de mit ihrem Modell. Ja, und wir brauchen eine große Kooperation, sage ich gleich mal schon zu Beginn. Wir brauchen die große Kooperation aus Fridays for Future, Luisa, Keita, Carla und so weiter. Und Christian Felber, Gemeinwohlökonomie und den Professorinnen und Professoren der nextscientistsforfuture. Weil nämlich die Fridays for Future, die als einzige einen Großmedienzugang haben. Und dafür kriegen sie dann als Dankeschön, kriegen sie von den nextscientistsforfuture den vollfinanzierten Kohlestopp 2026. Entscheidend ist das vollfinanzierte, das werde ich gleich andeuten, denn es geht, das ist dann, das kann man dann aus der, wenn man sozusagen die Reformen der nextscientistsforfuture.de macht, dann kann man das aus der Portokasse oder aus der Peanutskasse bezahlen. Kohlestopp 26 und den 900 Milliarden Euro, sieben Jahre Plan fürs Klima, kann man dann aus der Portokasse bezahlen. So, ja, was war gewesen, geschichtlich ganz kurz so, am 20.08.18 hat Greta ihren ersten Streik gemacht. Ungefähr fast auf den Tag, genau rund um dieses Datum, haben sich zufällig die Professoren zusammen telefoniert, weil sie sagten, weil sie sagten, die Lösung ist fertig und dann später bildet es sich dann aus dem Weltrat der Weisen dann, der Arbeitskreis wurde dann gegründet, nextscientistsforfuture.de. Am Anfang hieß es zweite Scientist, jetzt heißt es wegen eines Technikers, heißt es nextscientistsforfuture.de. Ja, und die Gemeinwohlökonomie ist also sozusagen und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften ist das große Thema des Wandels und dann sind so Themen wie die Schere zwischen Arm und Reich, dann müssen wir uns um das Thema Konsumsucht kümmern, ein Postwachstum erreichen, gerade bei der Konsumsucht. Wir müssen letztendlich die Bevölkerungszahl und die extreme Konsum- und Kaufsucht sozusagen der Weltbevölkerung behandeln und so weiter. Und dafür haben eben die nextscientistsforfuture das Fertigrezept. Und ich stelle, mache jetzt schon mal so eines der 20, also es sind insgesamt 20 Reformen und ganz viele Konzepte, aber das Konzept, was am ehesten deutlich macht, wo die nextscientistsforfuture hinwollen, das ist die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Gemeinwohl, Wohlfühl, Wohlfühlstimme, Butan, Brutonationalglück und so weiter. Und wenn man dazu dann noch die Gesundheitskosten einrechnet, die jeder Mensch so verursacht hat, zum Beispiel wenn er wegen Krebs operiert werden muss, entstehen zum Beispiel Kosten oder Aufwendungen, die man damit reinrechnen kann. Und natürlich wollen wir eine Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, die zum Beispiel eben verhindert, dass Sie, liebe Zuhörer, überhaupt jemals Krebs bekommen. Dann der Ansatz der nextscientistsforfuture.de wurde einer simulierten Bundestagswahl, stellte sich einer simulierten Bundestagswahl und erreichte 56 Prozent der Wählerstimmen, weil die Wähler gesagt haben, das ist jetzt mal eine neue Gesellschaftsordnung, die uns richtig gefällt. 56 Prozent, 44 Prozent sagte, was ist denn das für ein Scheiß? Aber 56 Prozent sagten, und das sollten mal alle anderen Ansätze auch machen, sich einer simulierten Bundestagswahl stellen. So eine Studie kostet vielleicht, naja, Größenordnung vielleicht 1.000, 2.000 Euro. Und dann hat man schon mal einen Hinweis, ob man überhaupt bei den normalen Bürgern auch nur eine winzigste Chance hat oder ob man letztendlich völlig chancenlos ist. Sehr heilsam kann sowas sein. Schluck Wasser. So, Wohlfühlstimme. Wir fangen alle an mit der Schulnote 3 bis 4. Der Bundeswahlleiter hat also dann vom Morgen, also jetzt, heute wird die Wohlfühlstimme eingeführt. In dem Computer des Bundeswahlleiters, Statistisches Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen anvertrauen. Daraus wurde ein Fort Knox gemacht mit maximalem Datenschutz und mit allem und so weiter. Mit maximaler Sicherheit, mit allen Tricks. Und da ist jetzt gespeichert Ihre 3 bis 4. Und jetzt verlieben Sie sich, übermorgen verlieben Sie sich in der zukünftigen Gesundheitskommune, die dann auch schon bereitsteht, Ihres Hausarztes, Gesundheitsclub, Healthy Lifestyle Club, Sportverein, Ihres Hausarztes, Tanzveranstaltungen und so weiter. Sozusagen, da verlieben Sie sich in einen neuen Liebespartner und ja, Sie wollen, irgendwie geht es Ihnen besser. Und dann teilen Sie dem Bundeswahlleiter am besten direkt, wie man das technisch lösen will, müssen wir noch diskutieren, dass es alles sicher ist, vielleicht mit Kabinen, Wahlkabinen in jedem Supermarkt oder so. Ja, ganz kleine Kabinen, wo man eben seine geänderte Wohlfühlstimme abgeben kann. Man kann über alles Mögliche nachdenken und dann geben Sie ihm eine 3 minus, denn es geht Ihnen ja einen Schritt besser als vorher. Oder Sie merken am Körper, da ist irgendwie eine komische Geschwulst im Körper und dann sagt der Arzt, naja gut, das ist Krebs. Und jetzt sind Sie zumindest mal durch die Diagnose des Arztes geschockt, ob der Krebs nun wirklich so gefährlich ist, müssen wir darüber diskutieren. Aber Sie sind geschockt und sagen, na, ich will aber jetzt sozusagen mal das Maximum ausreizen. Ich gehe jetzt nicht auf eine 4 plus runter von der Wohlfühlstimme, sondern ich gehe gleich auf eine 4, weil das ist ein Hammer mit dem Krebs. Und diese Daten entscheiden jetzt über die Verdienstzuschläge Ihres Hausarztes, Ihres Supermarktleiters, über das Restaurant, in das Sie häufiger gehen und so weiter. Das wird also statistisch alles so ausgewertet, dass dann jeder Hausarzt sozusagen ab gestern sozusagen sagt, ich darf jetzt nur noch der Gesundheit und der Lebensqualität meiner Kunden dienen und genauso der Supermarktleiter. Ich darf nicht mehr irgendwie große Gewinnspanne durch Zuckerwaren oder so. Mich interessiert nur noch, dass meine Kunden giftfreies, höchstwertiges, re-naturiertes Gemüse und Obst und so weiter möglichst viel bekommen, damit sie seltener krank werden, sich wohler fühlen körperlich und so weiter. Und ja, und dann kriege ich die größten Verdienstzuschläge. Also das Spiel wird durch das Dach. Also allein die Wohlfühlstimme ist schon ein Teil dieses planwirtschaftlichen Daches über dem Markt, was wir brauchen sozusagen. Da ist ja auch dieser kleine Unterschied. Christian Felber will den Kapitalismus beenden, aber die Marktwirtschaft nicht. Und die Wohlfühlstimme beendet auch die Marktwirtschaft, weil sie ein planwirtschaftliches Dach über jedes Marktgeschehen setzt, sozusagen. Gut, dann, ja, die 20 Reformen habe ich erwähnt. Ja, der Kurzabriss der Geschichte der Gemeinwohlorientierung, also in der Forschung und Wissenschaft vor 1968 hatten wir eigentlich so im Wesentlichen, da gab es die kapitalistischen Kriege, den Hitlerismus, den man analysieren versucht hat. Und man hat irgendwie immer, Sigmund Freud und Wilhelm Reich haben uns aufmerksam gemacht auf die sexuelle Unterdrückung durch den Kapitalismus, sozusagen, ja. Und das war vor 1968. 1968 begannen die einzelnen Wissenschaftler des Weltrates der Weisen, der Next Scientist for Future, nahmen die sozusagen ihre Denkarbeit auf. Wie können wir das Problem Menschheit lösen? Na, so, dann sozusagen ist noch zu erwähnen, dass vor kurzem dann eben der berühmte Journalist Franz Alt einen Bericht über den Weltrat gemacht hat, das große Wirtschaftsmagazin in Österreich, Trend, einen Bericht, und die Bild-Zeitung hat über unser Angebot, den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima an Fridays for Future berichtet. Die waren bei einer großen Pressekonferenz anwesend und leider hat sich insgesamt immer noch nicht Fridays for Future durchringen können, dieses Kooperationsangebot anzunehmen. Und da muss der Wandel liegen, denn die haben als Einzige den Zugang zu den Großmedien und ohne die dringen wir nicht durch, sozusagen, ja. Ja, dann sozusagen der Arbeitsbeginn beim Weltrat war also 68, bei den einzelnen Wissenschaftlern, denn die wussten ja damals voneinander noch nichts, ne. Und Christian Felber wurde dann ungefähr beim Jahreswechsel 72-73 geboren. Damit fing dann diese Linie an, sozusagen. Und 1979 war dann der erste Meilenstein, sozusagen, ja. Der erste Meilenstein war gewesen, nämlich, da war Christian Felber zarte sechs Jahre, wurde wohl wahrscheinlich eingeschult, ne. Und da sprach man in Bhutan erstmals vom Bruttonationalglück, ja. Da kommt schon eine Denkwende ins Spiel, Schluck Wasser. Und ca. 1990 hatten die, der Weltrat sozusagen, die einzelnen Wissenschaftler des Weltrates, schon das erste Zwischenergebnis. Felber war da ca. 17 Jahre alt. Und zwar geschichtlich. Was war geschehen? Aus Ludwig Erhards Fehler, Wohlstand für alle, also nur das Materielle, das Geld und die Materielle haben zu sehen, aber nicht das Sein zu sehen, wurde bei den, äh, beim, äh, beim, äh, beim Weltrat dann Wohlstand und Gesundheit und Wohlfühlen für alle. Ja, aus dem Wortbestandteil, dann wurde daraus die, erst einmal die Wohlfühlnote, also 1990 entstand erst einmal der Begriff der Wohlfühlnote, aus dem wurde erst dann später der Begriff Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Und es ging eben in wissenschaftlich, wie man das so, äh, wissenschaftlich macht, redete man eben darüber, wie man die Anreize so setzen muss, dass die Wirtschaft der Menschen dient und nämlich nicht der Mensch das Anhängsel und der Sklave der Wirtschaft ist, sozusagen, ja. Und, äh, Christian Felber hat dann später aus diesem Wortbestandteil, äh, Wohlfühlen für alle, für alle wurde, daraus wurde gemein, also ohne dass, äh, man wusste ja, man hat ja parallel gearbeitet, Christian Felber hat keine Bücher von den Wissenschaftlern gelesen, vom Weltrat und der Weltrat hat keine Bücher von, von äh, späteren Bücher dann von Felber gelesen, sondern, äh, jetzt hat man eben sich mit den Videos beschäftigt und den ganzen Internetfernsehsendungen, äh, und hat die ausführlich analysiert, aber mehr nicht. Also, das war ein typisches wissenschaftliches Parallelfänomen, ja. Und, und, also, aus für alle wurde gemein und aus Wohlfühlen für alle kam das Wort gemein wohl rein, sozusagen. Und dann hat er noch Ökonomie dazu gesetzt und hatte einen griffigen Begriff, während die, äh, der Weltrat sich quasi, äh, die Weltratwissenschaftler eher sich geweigert haben, sich auf einen Begriff festzulegen, weil den sollte die Gesellschaft ja selber dann bestimmen, wie sie ihr System dann nennen will, endgültig, ja. So, dann geschah 1999 das nächste Wichtige, nämlich, da war es Christian Felber 26 Jahre alt, in der Zeitschrift, äh, da ging es ja darum, es ging ja letztendlich immer darum, auch mal zu versuchen, in die kapitalistische, marktwirtschaftliche, korrumpierte Wissenschaftswelt neue Erkenntnisse reinzubringen, was ja sozusagen fast unmöglich ist. Schluck Wasser. Da war die große Zeitschrift Current Anthropology immerhin mal bereit, von dem berühmten Professor Richard Brangham und seinem Team eine sogenannte He-Story, also eine, eine Story der Menschheit sozusagen zu veröffentlichen. Erstmals ein, soweit uns jedenfalls bekannt ist, ein Gesamtbild der Menschheitsevolution. Das war natürlich völlig falsch, weil es quasi gesagt hat, so wie wir im Kapitalismus leben und wie wir in der Marktwirtschaft leben, das ist total in Ordnung, das war schon früher so und so weiter. Es war also ein Rechtfertigungs-Menschen- und Weltbild des Kapitalismus, der Marktwirtschaft sozusagen, ja. Deswegen sagten die Professoren, das ist auch alles falsch, äh, die kritischen Professoren außenrum, die, die, die sogenannten Kommentare sagten, da schrieben dann, ist ja letztendlich alles falsch, was er sagt. Das muss ja auch falsch sein, weil es war ja eigentlich ja nur ein Rechtfertigungssystem. Das Kapitalismus wurde aber deswegen abgedruckt, weil es kapitalismuskonform war. Und unser zuletzt, äh, auch das kritische Bild, also das Kapitalismus-kritische Bild, äh, der Weltratwissenschaftler wurde zuletzt nochmal gerade angeboten, Current Anthropology, Science und Nature und natürlich, weil es kapitalismuskritisch war, äh, notwendigerweise abgelehnt. Das heißt, wir haben in der Wissenschaft, äh, äh, eine, eine, keine Freiheit der Diskussion mehr und des Denkens, sondern das ist ein rein kapitalistische Maschinerie geworden. Da gab es ja gerade gestern, äh, war ja eine Sendung erschienen oder vorgestern von, äh, Skobel, von, ich glaube, Dreisat heißt der Sender des Öffentlich-Rechtlichen und da ging es eben um Lobbyismus und dann ging es auch darum, wie eben, äh, die Wirtschaft mittlerweile, die Wirtschaft, äh, die Wissenschaft im Griff hat. Und der Weltrat hat, ist ja angetreten, weil er sagt, eine Instanz auf der Welt muss es sein, die von finanziellen Interessen und Karriereinteressen völlig unabhängig ist und die Wahrheit sagen darf, ganz egal, welcher Druck, äh, der Wirtschaft auf der Wissenschaft lastet sonst, ne? Ja, Schluck Wasser. Ein, und dann, äh, also ein realistisches, kritisches Gesamtbild, eine echte Story der Menschheit, äh, skizziere ich jetzt in ganz wenigen Worten. Wissenschaftler analysieren die Welt seit dem Urknall, also fangen an, vor 13,8 Milliarden Jahren, verfolgen die ganze Zeit und dann kommt das erste Highlight, war dann vor 65 Millionen Jahren ein Meteoriten- oder Kometeneinschlag, wo zeitgleich die großen Dinosaurier ausgestorben sind. Dadurch konnten wir, die Säugetiere, aufsteigen, sozusagen sprichwörtlich auch auf die Bäume und vor 13,8 Millionen Jahren ähnelten wir als Baumlebewesen eher tendenziell den Gorillas mit riesigen Eckzähnen, jederzeit eifersüchtig, für den Rivalenkampf bereit potenziell. Und dann haben wir vor vier Millionen Jahren, unsere Urgroßmütter und Urgroßväter, unsere Urgroßväter in dem Falle, haben vor vier Millionen Jahren laut Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Palio-Anthropologen Deutschlands, die Eckzähne verloren. Das heißt, wir haben eindeutig, da es damals noch keine Technik und keine Waffen gab, die noch weit, weit entfernt lagen, musste sich da also ein neues Sozialsystem bilden. Und wie Professor Schrenk so vorsichtig andeutet, der will sich ja nicht mit der Wissenschaftsgemeinde anlegen. Wir können es deutlicher sagen. Es evoluierte sich dann von vier Millionen Jahren bis vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus, die Hochblüte eines neuen Sozialsystems. Professor Franz de Waal als Kapitalismusfreund hat wahrscheinlich sehr entsetzt, aber doch fair geschrieben, Ja, hoppla, diese Bonobos, die vielleicht ja den Menschen ähnlich sein könnten, genetisch sehr, also auch vom Sozialsystem ähnlich sein könnten. Ja, die haben ja zwölfmal am Tag Sex, igitt, igitt, und dann leben die in so einer Art Gruppenehe, in einer Kommune. Das ist ja sozusagen, das ist ja wie bei den Hippies, und die machen ja, die Bonobos machen ja Make Love Not War, und das funktioniert auch noch fast, ja. Und das Ganze war, also man muss sagen, wir waren dann vor 400.000 Jahren offensichtlich die felllose Savannenparallel-Evolution der Bonobos mit einem allerdings viel größeren Gehirn in diesem Zeitpunkt. Wir waren also noch viel pazifistischer als die Bonobos, noch viel sozialer. Also wir waren hoch, vor 400.000 Jahren waren unsere Urgroßeltern hochpazifistisch, urmatriarchal, urkommunistisch, ursozialistisch. Das Schenken bestimmte das Leben, wir Männer schenkten alles, den Frauen und Kindern, den geliebten Frauen und Kindern unserer Kommune. Es gab keine Schere zwischen Arm und Reich, es gab keine Akkumulation, es gab keine Machtsucht, keine Akkumulationssucht, und wir hatten eine Staatenlosigkeit, denn eine Kommune, die Töchter, unsere Töchter gingen in die Nachbarkommunen, liebten sich dort ein und dort wurden unsere Enkel geboren und dann bei Besuchen waren es natürlich liebevolle Besuche mit den Nachbarkommunen, wo wir auch Kooperationen vereinbarten, laien und zurückgeben und so weiter. Ja, und ja, denn das sind ja unsere Verwandten und so überspannte Afrika, wir waren ja damals alle noch in Afrika, ein Netz an miteinander liebevoll befreundeten kommunistischen Kommunen sozusagen. Dann kam unser Komet, der schlug ein sozusagen und jetzt muss ich das Bild wechseln, hier, wo ist es? Jetzt schlägt unser Komet ein, jetzt schlägt es 13. Ohne ein planwirtschaftliches Dach zur Lenkung zu bedenken, stolperte die Menschheit völlig tragischerweise sozusagen in die Marktwirtschaft, in die Erfindung des Tauschhandels, der Marktwirtschaft, später das Kapitalismus und damit hat sie ein Raubtier von der Kette gelassen, die Menschheit, die Büchse der Pandora geöffnet, Tauschhandel, Markt und Kapitalismus erwiesen sich danach als gemeingefährlich und bis heute hat der Großteil der Menschheit immer noch nicht begriffen, dass das gemeingefährlich ist. Sogar Christian Felber hat die Gefährlichkeit des Marktes an sich noch nicht verstanden. Natürlich ging dann auch die Schere auf. Warum ging die Schere auf? Das kann ich jetzt gleich mal begründen. Also was, wie zerstört Marktwirtschaft unser Leben? Wir haben hier den ersten Früharzt, hier unten links, den ersten, ganz links unten in der Ecke, den ersten Früharzt der Evolution und Frühhändler der Evolution, sagen wir mal in Doppelfunktion. Und er sagt, ach ist das herrlich, dass ihr alle so toll in der Kommune so viel schmust und so viel Liebe habt und so weiter und dass die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, ihren und so weiter. Und dass das alles, ja, und toll, dass ihr nur naturbelassene Nahrung zu euch nehmt, dann werdet ihr nicht krank und braucht mich nicht als Frühheil, Früharzt sozusagen. Und jetzt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kam, was kommen musste. Irgendwann kam der vielleicht tausendste Früharzt und Frühhändler der Evolution und irrte sich total. Ja, und der sagte, ach ist das eklig, euer Geschmuse, das ist unkeusch, unmoralisch und hochinfektiös und so weiter und lass das sein und so ist ja ekelhaft. Und außerdem könnt ihr meine denaturierte Nahrung, die ich viel billiger herstellen kann, die ist billiger, kann ich euch billiger verkaufen und die ist genauso gesund wie alles andere auch. Und so, was passierte in den Köpfen der Menschen, kamen diese gewinnbringenden Irrtümer an, denn dadurch diese gewinnbringenden Irrtümer ohne böse Absicht führten dazu, dass die Leute häufiger krank wurden. Er konnte viel ärztliche Leistungen verkaufen, kann jetzt hier, also das ist quasi rechts, also wir hatten links unten den guten Frühhändler und Früharzt, der in der Wahrheit lebt und dann haben wir den sich Irrenden sozusagen rechts daneben und der kann eben zwei Kinder ernähren. Ich bin mit der Maus hier gerade drauf, aber ihr seht das ja, glaube ich, gar nicht, also die anderen Zuschauer vom Vortrag. Und dann zwei Kinder, dann rechts sieht man drei Enkelkinder, zwei Urenkel und dann entsteht eine riesige Großfamilie an Händlern und Ärzten, die sozusagen alle erfolgreich leben von lauter gewinnbringenden Irrtümern, denn da kommen natürlich mit der Zeit immer noch mehr dazu. So, und dann, ja, und so haben wir, passiert Folgendes, die Liebe verschwindet aus den Kommunen, der Körperkontakt verschwindet, die Männer fühlen sich nicht mehr geliebt, hören auf zu schenken, fangen an akkumulationssüchtig und machtsüchtig zu werden, die Schere zwischen Arm und Reich geht auf und geht immer weiter auseinander und das beendet jetzt die Wohlfühlstimme, denn die Wohlfühlstimme ist quasi das Planwirtschaft, ein Teil des planwirtschaftlichen Daches über dem Markt und ihr sagt, ja, lieber Händler und Arzt, du musst jetzt dich wahrheitsorientiert gestalten, denn nur wenn du wahrheitsorientiert die Gesundheit und das Wohlbefinden deiner Kunden steigerst, dann kriegst du noch Verdienstzuschläge, ansonsten gehst du pleite. Und so findet dann die ganze Wirtschaft und die gesamte Medizin zur Wahrheit zurück und alle begrüßen es wieder, wenn wir wieder natürlicher leben dürfen und es gibt keine Tabus und die Tabus und Verbote werden abgebaut. Ja, natürlich kann jeder so leben, wie er möchte, es wird alles freiheitlich bleiben, jeder kann in Monogamie leben, kann als Single leben, kann in jeder Lebensform, die er möchte, leben und manche werden aber wahrscheinlich in der Kommune leben, denn möglicherweise sind wir wie die Bonobos-Kommunentiere. Schluck Wasser! Ja, und in den Hausarztkommunen werden sich Menschen zusammenfinden, einige, die werden Kommunen begründen und dann werden sozusagen auch die Reichen, einige Reiche in die Kommunen einziehen und die werden sich dann in ihre Kommunen verlieben und werden wieder anfangen zu schenken. Und wenn dann das letzte Land der Erde Kapitalismus und marktwirtschaftsfrei ist, dann können wir auch die Staatenlosigkeit wiederherstellen, weil wen interessiert es einen Staat, wenn das ganze Leben in den Nachbarkommunen, mit den Nachbarkommunen und in der eigenen Kommune stattfindet, dann auch alles wirtschaftliche Handeln da stattfindet, und wen interessiert dann noch ein Staat. Wir können dann auch, aber erst dann erst auch total abrüsten sozusagen. Und ja, das ist die Lösung für die Menschheit, ganz kurz gewesen. Und eben wir müssen jetzt dadurch, dass wir es nicht mehr zulassen, dass also Menschen erst durch krankmachende Ernährung und krankmachende Medizin krank gemacht werden und dann für viel Geld wieder verwaltet werden im Gesundheitssystem und viele andere Effekte. Ich habe ja natürlich nur einen Ausschnitt des Ganzen behandelt. Dadurch verlieren wir jedes Jahr 0,5 Billionen Euro in Deutschland alleine und die holen wir dadurch wieder rein. Dadurch können wir aus der Portokasse den Kohlestopp 2026 vollfinanzieren, die 900 Milliarden fürs Klima. Und jetzt braucht es nur noch die Kooperation, eine Weltpressekonferenz, den Paukenschlag, GWÖ, Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future und Fridays for Future präsent, proudly präsent, das nächste Weltmodell. Öffentliche Diskussion soll dann entscheiden, ob man eher auch felbersche Aspekte der Gemeinwohlbilanz mit einbeziehen will oder ob man sagt, mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten und manchen vielleicht auch noch der Sicherheitsgefühlstimme hat man dann genügend harte Daten, um die gesamte Wirtschaft menschenfreundlich und in den Dienst der Menschheit zu stellen. Und die Milliardäre werden, die sogenannten Milliardärskönige, werden das begrüßen und werden sich freuen darüber, dass es diese Beendigung des Kapitalismus gibt. Denn dann dürfen auch sie, haben sie auch eine Chance, 127 Jahre kerngesund, 127 Jahre alt zu werden und eine 20-fach erhöhte Lebensqualität, ein vielfach erhöhtes Wohlfühlen zu haben, denn alle anderen Milliardärskönige haben ja auch ihr Wohlfühlen beeinträchtigt und die ganze Umwelt wird repariert, denn gute Wohlfühlstimmen gibt es nur in einer sauberen Umwelt. Ja, und jetzt sind sie dran. Ich nenne sie vermeintliche Fehler unseres Konzeptes. Die Leute denken immer, sie hätten Fehler gefunden, mit den Fehlern, die meistens genannt werden, haben wir uns vor 50 Jahren, vor 40, 30 Jahren schon beschäftigt und dafür Lösungen gefunden. Aber ich wiederhole gerne unsere Lösungen dafür. Sagen Sie, warum meinen Sie, dass das jetzt nicht, diese Pressekonferenz mit GWÖ, Next Scientists for Future und Fridays for Future jetzt nicht, der entscheidende Schritt zur Weltrettung ist. Und ich lade Sie noch abschließend herzlich ein. Wir veranstalten, machen regelrecht Sendungen, Demokratie pur Talkshows regelmäßig, nehmen Sie daran teil und so weiter. Ja, das war's. Ja, ich bin gut in der Zeit und ja, ich beende mal schon hier. Ja, also liebe Zuschauer unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, also ich hoffe, dieser Vortrag hat Ihnen gefallen. Das ist jetzt also die neuere Variante dieses Vortrages. Und wo ist es? Ich muss ja hier oben hin. Ach, da habe ich wieder den Fehler gemacht. Wo bin ich jetzt? Die neue Technik. Hier sind wir wieder. Da ist noch einmal Möglichkeit, jetzt unser schönes Tagesbild einzublenden. Ja, also von daher. Ja, hier ist die Weltrettung und wahrscheinlich nirgends sonst. Und wahrscheinlich ist wirklich diese Pressekonferenz GWÖ, FFF und Next. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance. Damit würden wir noch mal weltweite Ausmerksamkeit kriegen und die ganze Welt würde anfangen zu diskutieren, Welche Variante eines gemeinwohlorientierten Gesellschafts- und Wirtschaftssystems will denn die Welt gerne übernehmen? So, dann muss ich jetzt hier ausschalten. Bis später. Tschüssi.